einen wunderschönen guten tag zu diesem heutigen video und zwar ein ganz spontanes video weswegen ich auch kein green screen hinten aufgebaut hat wenn man es vielleicht sehen kann dass es ein bisschen schlechter effekt ist als sonst aber ich habe von sunny ein paketchen oder ein briefchen bekommen ja man sieht das ganze tut es nur so ein bisschen zu halten dass man die adresse nicht sehen kann oder in ziffern kann ja das hier ist zu mir gekommen beziehungsweise zu meinen eltern denn bei mir kommt einfach nichts an also wenn ich jemand träumen will tut euch nichts wenn zwar an kommt wir machen das ganze jetzt mal auf und schauen mal was hier rauskommt aus diesem ding es sind zwei geborgs die ich gewonnen hatte einmal hier danke danke vielen vielen dank für diese konfettis die mir natürlich überall jetzt hierhin geflogen sind dankeschön vielen dank super idee mit diesen konfettis ja es sind hier zwei kugelschreiber drinnen die gar kein konfetti hier verteilt haben super idee das konfetti ist sogar noch hier drin wenn man das hier sehen kann da ist das noch drin ein glück habe ich das schlimmste verhindern können ein bisschen ist hier rum gefallen ob es mich nicht ob es mich nicht ob es mich nicht ja aber trotzdem wir haben hier ein sunny coolie in gelb erhalten und einen sunny coolie in blau dazu noch einen brief wahrscheinlich wird man ihn vorher lesen sollen aber zum glück kein konfetti mehr drin ich lese es einfach mal vor lieber komischer mensch was bin ich herzlichen glückwunsch zu deinen kudis hoffe sie gefallen dir habt immer spaß nie hat irgendwas mit h immer spaß wenn du da bist es waren die nur dein die die vorschläge nicht verstehe ich jetzt nicht verstehe ich jetzt gar nicht ja was auch immer das heißen und deine stecken ja hier nochmal der brief ja danke liebe steffi grüße gehen raus steffi und danke für dieses tolle päckchen bis auf diese scheiße hier die ich zum glück eingefangen habe so blöd ist der komiker auch nicht ja vielen dank der steffi und ich würde sagen für die anderen wir sehen uns das nächste mal steffi nachher ist süß bis zum nächsten mal